Aus dem Weg, Loche Mayday, 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 ojojojojojoj Verdammt, ey Ich möchte hier Darin, let's play Da braten wir noch einer Du schon wieder? Hier beim Let's Play als Zuschauer? Das hätte ich nicht gedacht Ich habe gedacht, beim letzten Mal hatten wir sie die Schnauze voll Aber jetzt bist du wieder dabei, ja, herzlich willkommen zurück zur neuen und ultra spannenden Minecraft-Episode. Ja, das mit den ultra spannend, das wird sich vielleicht noch so herausstellen, ob das jetzt so wird oder ich weiß ja nicht. Man darf da berechtigte Zweifel haben, denke ich, aber ich werde da mein Besten geben. Vielleicht wird es ja doch spannend. Und ich frage mich gerade, wie ist das denn mit dem Quarz? Das muss man hier einfach nur so machen. Ah ja, guck mal, so reicht. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Aber ich glaube für... Verdammt, da habe ich, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht. Weil ich glaube für den, für diesen Lichtsensor, den ich benötige, muss ich das gar nicht so kombinieren, wie ich das gerade gemacht habe. Ich glaube, da muss man einfach die rohe Quarzform verwenden. Naja. Naja, egal. Shit happens. Hin und wieder mal. Ah, ist das nicht schön, diese Fjord-Musik aus World of Warcraft? Und dann bist du hier irgendwo in der Hölle am rumrennen. Hat natürlich sehr viel Ähnlichkeit mit dem Fjord. Das kann man jetzt, kann mir keiner erzählen. Ja, das ist schon besser. So eine fröhliche, ich weiß nicht was, Musik? Nee, ich habe zu früh eingesetzt. Wart mal. Diesmal war es richtig. So. Ja, der Werteherr Pigment freut sich auch, dass ich hier vor ein paar Episoden diese provisorische Brücke aus Nisarstein gebaut habe. Nicht wahr? Ja, da laufe ich jetzt immer rum. Das ist voll cool. Man muss ja nicht immer durch die Lava rennen. Ist zwar schön warm und so, aber im Sommer, da habe ich es dann doch lieber ein bisschen kühler. Ja, im Sommer. Wusste gar nicht, dass das hier im Nesse auch Jahreszeiten gibt. Meine Güte. Man lernt auch nie aus. So, und jetzt mal hier schwuppdiwupp zurück. Schon wieder. Wie viele Pikmen hier drin sind mittlerweile. Zurück sind die alle freundlich. Hallo. Schönen guten Tag. Wie geht's denn? Passen Sie mal auf. Der Kleine hat fast seinen Arm verloren. Weil wenn die Lore hier einmal Geschwindigkeit aufgenommen hat, dann reißt das alles mit. Aus dem Weg, Lore. Meidei, 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 meidei. Eui, eui, eui. Verdammt, ey. Ich möchte hier... Verdammt, wir müssen... Ja, wir müssen gleich den ganzen Weg zurücklaufen. Nur wegen dir, Kleiner. Das ist dir schon bewusst. Guck mal, der rennt schon weg. Der weiß schon, was gut fühlen ist. Nur wegen dir. Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? What? Gut. Guck mich an. Genau. Und jetzt ranso, Papi. Hau ab. Oh nein, der kommt schon. Ich hab deinen Sohn nicht angepackt. Ich bin kein Kinderanpacker. Und verklopper auch nicht. Hau ab. Was haben wir? Ah, guck dir das mal an. Noch mehr von den Gedöne. Da ist ein Feuerzeug. Wie langweilig. Wir haben Dingsbums. Wir geben jetzt alles einen Namen. Feuerzeuge nennen wir jetzt immer Dingsbums. Wird sowieso Zeit, dass ich hier Sachen selbstständig benenne. Die Standardnamen sind doch voll langweilig. Voll langweilig. Ach, Seelen-Senschken. Ihne Warze. Buh. Hier, der Neserstein kann da rein. Das Obsidian eigentlich auch. Der Pilz. Nein. 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 Na, äh, Ruckel. Der Pilz kommt da rein. Da haben wir noch immer die komische... Wart mal hier. Von wegen. Das kommt hier rein. Da muss ja schon alles irgendwie passen. So, da gucke ich oben, ob ich da auch noch ein bisschen Quarz habe. Auf jeden Fall haben wir noch Redstone. Das wir mitnehmen können. Ha, und unser Verzauberungsraum ist da. Gut. Da können wir mal den Bogen jetzt verzaubern. Wenn das geht. Oder wir machen uns einfach mal... Ich mache mir jetzt einfach mal schnell einen neuen Bogen. Und da gucke ich, wie das... Da gucke ich, wie das mit der Verzauberung noch funktioniert. Weil ich hab da keine Ahnung. Das müssen wir ja hier. Lappisch, Lazzuré. Vielen Dank. Ich hoffe, eins der reicht. Ähm, wir brauchen... Habe ich hier noch einen Bogen? Nein, aber wir können ein paar Pfeile wieder mitnehmen. Schön. Ach, wir haben... Ah, ein Diamantenschwert haben wir hier. Das aber fast kaputt ist. Ah ja. Oh. Ah, wir haben das schon verzaubert so ein bisschen. Hier, guck mal. Haltbarkeit, Federfall, Explosionsschutz. Haltbarkeit, Feuer... Wann hab ich das Ding gemacht? Äh, äh, äh... Da stirbt grad irgendwo ein Huhn. Hä, äh, äh, äh... Weiß... Auf einmal... Hä, ich kann nicht mehr. Auf einmal... Hörst du das... Oh, oh, oh. Ah, hier, guck dir das mal an. Ja, wir decken uns hier grad ein bisschen ein. Das ist natürlich sehr gut. Das ist sehr vorausschauend. Ähm, ja, wir nehmen hier auf jeden Fall ein paar Ressourcen mit für die andere Welt. Die wir da benutzen können. Da können wir nämlich Kartoffeln da anpflanzen. Da muss ich nicht immer hier rumrennen. Hier, da können wir auch ein fettes Weizenfeld machen, wenn ich ein paar Samen mitnehme. Da haben wir sowieso mehr als genug. Die muss ich hier gar nicht alle benutzen, äh, egal, die hier haben. Kürbisse hab ich da hinten schon. Karotte, komm mit. Hm. Ähm, wo hab ich denn hier die... Genau da. Und hier hab ich keinen Quarz mehr, aber... Das, was wir haben, das müsste reichen. Verrottetes Fleisch. Das können wir hier reinpacken. Genau, hier Fädchen brauchen wir. Ich glaub, drei braucht man. Ach, wir haben noch TNT. Ah, hier, Knochenmehl. Gut. Da können wir Sachen schneller zum... Wer kackt denn hier die ganze Zeit Eier aus? Meine Güte. Da können wir die ganze Zeit, ähm... Wann wollte ich jetzt sagen, mit Knochenmehl Sachen schneller wachsen lassen, ne? Nee, das war genau andersrum bestimmt. Äh, ich verwechsel das immer. Na, das macht doch andersrum viel mehr Sinn, oder? Weil das wär ja ein... Nee, nee, so ist doch richtig. So ist doch richtig. Wann haben wir da rauf? Schlag und Stärke 1, das ist ja nicht so gut. Da kriegen wir vielleicht jetzt was Besseres hin. Aber, aber... Wir gehen zuvor einmal schlafen. Ah, in unserem alten Bett. Ey, hör mal. Ich wollt grad sagen, ich wär hier fast stinkig geworden. Hier, willst du die Feder wieder haben? Können wir die Feder da zurückstecken? Nee, geht nicht. Aber geh dich in die Ecke und schäm dich. So ist richtig. Und guck mich nicht an. Ey, hör mal. Red ich chinesisch? Guck weg. Okay, ich dreh mich jetzt um. Und wenn du mich noch immer anguckst, da ist ein Huhn gestorben, dann... Ich muss mein Agro hier irgendwo rauslassen. So. Jetzt gehen wir schlafen mit der Feder in der Hand. Weil ich möchte ja nicht im Dunkeln die Felder abrummen. Was sterben denn hier andauernd die Hühner? Das mag ich nicht. Ah, wir... Ja, wir nehmen auch ein paar Eier mit. Haben wir auch genug. Hallo Kühe. Meine Güte, sind das viele geworden mittlerweile. Nicht schlecht. Bleib da. Wir sind gar nicht hier. Ah, Melonen. Wir haben keine Melonen da hinten. Nehmen wir auch mit. Ah, genau. Bei Melonen war das, dass die so zerfallen. Wo sind sie denn ach so da? Meine Güte. 20 Melonen. Das ist ja perfekt. Dann haben wir da hinten auch alles nahrungsmitteltechnisch dabei. Ah. Hier, die Karotten nehmen wir alle mit. Da hinten sind ja Häschen. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht mitnehmen würde. Alle. Da können wir uns eine Hasenfarbe machen. Schafe waren da. Kühe, da war alles. Pferde haben wir da auch gesehen. Das Einzige, was wir da nicht gesehen haben, sind Wölfe. Leider. So, Karotten. Natürlich müsste ich jetzt wieder ein paar hier einbauen, damit wir hier nicht... nicht alle... nicht alle weg... weg haben, weg haben. Was für ein Satz, ey. Ich bin doch manchmal hier Sätze am rumbrabbeln. Die haben keinen Fuß und die haben auch nicht den Popo. Die haben gar nichts. Irgendjemand legt hier andauernd Eier. Schon wieder habe ich hier gerade was gehört, obwohl ich eigentlich in der Nähe kein Huhn sein dürfte. Boah, sind die Hühner. Ist hier etwa eins auf dem Feld irgendwo? Ah, unser Pferdchen. Kann man... Das sind aber auch Möhren, oder? Komisch. Wo habe ich denn die Kartoffeln angepflanzt? Ich dachte, ich habe hier eine Seite Möhren und eine Seite Kartoffeln, aber ich habe zwei Seiten Möhren. Äh, wo habe ich denn die Kartoffeln? Oder habe ich über... Ich habe hier anscheinend noch gar keine Kartoffeln. Das ist ja ein Missstand. Das muss man auf jeden Fall verändern. Aber wo habe ich denn dann die 64 Kartoffeln her? Ja, ich habe keine Ahnung. So, Kakaobohnen. Nehmen wir auch ein paar mit. Dann können wir alles da hinten anpflanzen. So, wir haben ja alles hier. Wobei, Kakaobohnen können wir da nicht anpflanzen, weil man dafür ja, glaube ich, Tropenbäumchen benötigt. Und wir haben ja keine. Egal. Egal, Kakaobohnen braucht man auch nicht, außer man will sich jetzt vielleicht Kekse oder so backen. Das geht, ja. Mit Milch und Kakaobohnen. Meine ich zumindest. Jo. Dann können wir jetzt auch wieder verschwinden, ne? Ne, meine liebe Else. Ne, weil ist... Ja, 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 ist ja fein. Die guckt mich noch niemals an, wenn ich mit ihr rede. Die guckt mich noch nicht mal an. Okay, ein paar Eier nehmen wir mit. Dann haben wir da auch Hühner. Ganz viele. Ähm. Ich habe... Ich habe gar nicht so viel Platz. Ich muss da ein paar von denen hier lassen. Hier, die können hier auf jeden Fall bleiben. Die Kakaobohnen. Denke ich, ja. So, so, so. Das ist zum Mampfen. Das auch. Die Karotten. Ja. Machen wir hier ordentlich untereinander. Ähm. Ja, Dingsbums brauchen wir sowieso immer. Perfekt. Jetzt noch ein paar Eier mitgenommen, damit wir da Hühner machen können. Also, erstellen können. Durchs Rumwerfen. Da kommen ja manchmal Hühner raus. So. Da ist die Eiertour schon wieder ein bisschen leerer geworden. Wenn auch nur minimal. Aber jetzt gehen wir eben kurz mit Verzauberung rum experimentieren. Ich habe ja den... ... einen Bogen hier nicht aus Spaß gecraftet. Dann bringen wir das Lapislazuli nach oben zurück. Oder vielleicht nehmen wir das auch mit. Ich weiß noch nicht genau. Muss ich mal gucken. So. Auf jeden Fall kommt jetzt hier der Bogen rein. Ach so. Stärke 1. Haltbarkeit 2. Meine Fresse. 30 Level. Was ist das? Ach, Stärke 3. Ach so. Da steht auch, wie viel Lapislazuli man dafür braucht. Okay. Ähm. Stärke 3. Das wäre schon geil. Wollen wir schnell 30 Level machen? Da bleibt er jetzt da drin gespeichert. Ne? Für immer. Wir gehen jetzt schnell 30 Level machen. Also. Also nicht 30 nochmal oben drauf. Wir haben ja schon 26. Ich weiß nämlich auch wie. Wie man ganz schnell Level bekommt. Eigentlich. Zumindest wir. Und die Schleime. Die können wir auch alle mitnehmen. Und. Ich gehe nochmal nach unten hier. Sie haben da nämlich eine gute Idee. Wie wir ganz noch schneller Level bekommen können. Wie ich eigentlich vorgehabt hätte. Level zu kriegen. Nämlich hier. Hier sind wir auch schon. Oh. Jahrelang nicht mehr. Und jahrelang ist nicht untertrieben. Ist sogar die Wahrheit. Ach ja. Genau. Das Hühnchen hier drin. Ich hab's schon fast vergessen. Hahaha. Tschüss. Ey. Hier ist Lava? War das schon immer so? Das ist ja brandgefährlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach ja. Hier haben wir ja diese ganze Arbeit geleistet. Für diesen Zwischenstand. Und hier war eigentlich meine Tür drin. Äh. Ja. Hä. Auf jeden Fall haben wir ja hier unsere Schleimköpfe irgendwo. Das ist auch nicht normal, oder? Ich weiß, dass wir das damals oben zugebaut hatten. Aber das hier unten so ein Grasklump ist, der von allen Seiten perfekt bewachsen ist. Das ist doch komisch. Das kommt mir irgendwie spanisch vor. Und die Musik, die will mich, glaube ich, irgendwie veräppeln. So, genau. Hier waren ja unsere Schleimviecher. Das wäre ein Schleimschank hier unten. Dementsprechend kann man hier schon ein Level kriegen und Schleime, die wir bestimmt benötigen werden für unsere Untergrundbasis. Aber irgendwie ist hier überhaupt gar kein Gegner im Moment. Das ist ja auch nicht normal. Sonst sind hier immer die Gegner am... Hä? Oder ist das kein Schleimschank mehr? Hat sich da irgendwas verändert jetzt? Ja. Toll. Wofür bin ich denn hier runtergestiegen? Ich dachte, hier sind Schleime. Oder können die nur in der Dunkelheit spawnen? Vielleicht. Früher konnte man ja ausleuchten. Machen wir das mal weg. So. Dunkel genug, meine Kollegen. Dann kommen sie doch bitte ran. Ich möchte sie verkloppen. Hier ist ja nichts los. Überhaupt gar nichts. Ich glaube, das Problem könnte auch sein, dass es Nacht ist. Und oben auf der Insel schon die ganzen Monster rumrennen. Und deshalb kein Platz mehr für neue Monster ist. Und hier unten dann keine mehr generiert werden. Ja, scheint so zu sein. Ja, hier ist ja tote Hose. Ich habe aber nicht die Monster ausgestellt oder so. Ne, normales Schwierigkeitsgrad. Hm. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Sehr enttäuschend, die ganze Angelegenheit hier. Sehr enttäuschend. Also, das muss ich jetzt erst mal irgendwie verarbeiten hier. Boah, ist das schlimm, ey. Ich kriege hier voll Pipi in den Augen, ey. Da kannst du kein Erzähl dir. Alles umsonst hier den Weg. Das waren fünf Minuten. Oder noch mehr umsonst. War das überhaupt die richtige Höhle? Ja, na doch, klar. Ich habe den Ort ja wieder erkannt. Okay. Sie wollen es wissen? Also, nicht Sie als Zuschauer. Ihr sieht sie, meine Zuschauer, ich nicht, sondern der mit seinem komischen Pixelkopf. Sie wollen es wissen? Alles klar. Ach, jetzt ist... Ja, die Lore konnten wir sowieso nicht verwenden, weil da ja das Hühnchen immer drin sitzt. Das darf da aber auch drin bleiben. Sehr gerne. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das hat noch lebt, ne? Das ist ein Jahr lang in der Lore gefangen. Hat nichts zu fressen. Nichts. Das lebt einfach noch. Das lebt von Liebe und Luft. Luft und Liebe. So, da müssen wir eben zu unserem tollen Turm. Nimm mein Pferdchen. Ja, ja. Du hast doch immer keinen Namen. Wir finden ja keine... Ey, wie das hier aussieht. Ey, wie bei Hempels unterm Sofa. Überall die komischen Hühner. Nur weil die da oben rausgebackt sind. So manche von denen zumindest. Anlege Platz 1, bitte. Zack. Da hinten ist ja irgendwo unser Turm. Eigentlich. Ich dachte, die haben das ausgestellt. Mit der Maussteuerung beim Boot. Haben sie wohl wieder angemacht. Verdammt, ey. Ein bisschen Speed hier geben. Die Frage ist, bewegen wir uns jetzt wirklich schneller? Oder wurde einfach nur die Field of View verändert? Weil guck mal, wenn ich jetzt Shift... Wenn ich Steuerung jetzt drücke, dann bewegt er sich... Sieht so aus, als würde er sich schneller bewegen. Pass auf. Da. Aber das Ganze zoomt auch so ein bisschen zurück. Hier so. Vielleicht ist das auch nur... Vielleicht kommt das einen nur so vor, als würde man sich schneller bewegen. Oder ist man schneller? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, man ist schneller. So. Äh, nee. Aussteigen so. Zack. Boom. Ja, ja. Hier haben wir unsere Schweine. Die Schweinearmee und unser Türmchen. Das ist kein normales Türmchen. Die Leute, die das gesehen haben, wie ich das gebaut habe, die kennen sich aus. Jetzt kommt eine unangenehme Geräuschkulisse. Und hier ist die Erfahrungsausgabe. Es war's, Dog. Wir fressen jetzt ein paar Karotten. Nein, aber im Rot können wir mal reinziehen. So, jetzt müssen wir hier eigentlich nur noch warten. Ich sehe gerade, die Episode ist jetzt gleich vorbei. Aber wir müssen hier eigentlich nur noch warten. Und dann ein paar Gegner verkloppen, die dann gleich hier runter gepurzelt kommen. Und dann kriegen wir nämlich die Level, die wir benötigen. Für Level 30. Dann habe ich Stärke 3 auf den Bogen. Dann stirbt ja alles mit einem Schuss. Ja, also alles nicht. schon drei Kollegen. Stirb. Ja, okay, das dauert jetzt aber doch ein bisschen länger. Wenn wir schon Level 26 sind. Was ist das denn da, was er da getroppt hat? Das ist ein Eisenbarren, glaube ich, ne? Was die Zombies so in der Tasche haben manchmal. Da darfst du keinen erzählen. Komm her da. Eine Kartoffel? Was haben die denn alle dabei? Hier, das kannst du wieder haben. Das will doch keiner. Level 27, nur noch drei Level. Meine Güte, das wird dauern. Ich glaube, das machen wir doch nicht. Aber ich will Stärke 3 haben auf dem Bogen. Dann ist ein Schlag. Ich glaube, das ist mit Schlag mal in die Rückschlag, glaube ich. Dass die so wegfliegen. Ey, das dauert viel zu lange. Auch wenn da hin und wieder Zombies... Guck da... Nein! Na, ich hau jetzt ab. Ich hab ne Beste. Komm, den verkloppe ich noch, wenn er schon mal da gerade runtergesegelt kommt. Das dauert mir doch zu lange. Ich hab gedacht, das geht schneller. Und schon wieder Zeit verplempert. Ich kann mich hier einfach nicht entscheiden. Und es ist natürlich wieder dunkel. Schnell hier weg. Also früher konnte ich von hier unsere Insel sehen. Ich hab die Reichweite, glaube ich, zu weit runtergeschraubt. Aber wir wollen ja ruckelfrei spielen. Ich weiß nicht, irgendwie ist Patch 1.8... Irgendwie wäre ich ja gerade zu müde. Irgendwie ist Patch 1.8 ein bisschen performancelastiger wie die Patches davor, hab ich so das Gefühl. Weil es ruckelt. Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Wir haben hier schon... Wieso bleibt er auf einmal stehen? Wir haben hier voll das schöne Inselparadies. Und wir hauen einfach ab in eine neue Welt. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Wegen der Untergrundbasis. So. Wollte ich da rein navigieren, ohne dass das Boot kaputt geht. Hau ab, Oktopus. Verschwinde. Das muss mir mal einer klären. Ich steige da aus und ich lande hier irgendwo. Mö, im Wasser. Okay. Kann man machen. Jetzt gehen wir wieder schlafen. Und dann habe ich eine ganz famose Idee, wie wir doch, also denke ich mal, relativ schnell Level kriegen können. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Aufnahme. Wir sind jetzt doch schon wieder auf unserer alten Insel gelandet, obwohl ich ja eigentlich vor hatte, hier nicht mehr hinzurennen. Aber das war ja auch so ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass sich das Portal, das wir errichtet haben, mit dem Portal im Nether, das schon da stand, verbunden hat. Und deshalb konnten wir hier schnell hin. Und warum nicht? Wir können ja jetzt ordentlich Nahrung mitnehmen, damit wir in der neuen Welt da keine Nahrungsprobleme haben. Und im Prinzip ist es ja schon die zweite neue Welt, weil wir haben ja schon mal eine andere neue Welt besucht, nämlich diese Berghüttenwelt. Also diese Berghütte, die wir da gebaut haben oder eigentlich immer noch am Bauen sind, weil sie ja nicht fertig ist. Aber die sagt mir nicht so wirklich zu, die Berghütte. Deshalb sind wir jetzt ja gerade da in diesem Sumpf eigentlich unterwegs. Und in der nächsten Aufnahme werden wir dann hoffentlich schnell die letzten drei Level, eigentlich sind es 2,8 Level oder so, kriegen. Und dann Stärke 3 auf den Bogen bekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Kommentiert mich gerne, abonniert, empfehlt mich auch sehr, sehr gerne an eure Kollegen und Kolleginnen weiter. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Episode. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020